Ja, aber er hätte die Vorfahrt achten müssen. Du hast geleckt. Ja, mach das. Ah, vor mir habe ich vielleicht ein Bild, wenn er jetzt einen Umfall baut mit 116, mit Aufleger und mit Warnleuchten. Ja, okay, ich bin auf dem Weg dahin. Ja, sehr gut. Danke, Russe. Hast gut gemacht. Meinst du das? So, leider habe ich kein Blaulicht dran. Das hätte ich jetzt angewunken, aber es geht leider nicht bei dem Spiel hier. Ja, und er hat mich gerade mit einem anderen Truck abgedrängt, deswegen.